Die Lösung ist einfach, sich eine gebrauchte PS Vita zu kaufen, die zu hacken und dann da die ganzen PSP-Spiele drauf zu packen. Das ist zumindest das, was ich gemacht habe. PSP-Spiele auf dem Vita-Display, also die OLED-Version, sind übelst hübsch. Was ist dein Problem, Alter? Als ob du bei einer gehackten Vita kein Integer-Scaling anmachen kannst. Come on, das kann ich selbst von meiner Playstation-TV so. Ach fuck, jetzt habe ich den einen Dings nicht mitgenommen. Na, was soll's. Also wenn du PSP-Spiele über, ich habe vergessen, wie das Ding heißt, spielst, dann kannst du auf jeden Fall Integer-Scaling anmachen. Das würde mich sehr wundern, wenn das nicht geht. Es ist halt auch schon ungefähr eine Milliarde Jahre her, dass ich ähm... PSP-Spiele auf der Vita gespielt habe, dass ich meine Vita im aufgeladenen Zustand hatte. Halt wenn ich irgendwas damit mache, dann hauptsächlich übers PS-TV an meinem Fernseher und da geht das auf jeden Fall. Halt da kann ich einfach PSP-Spiele auf 1080p hochskalieren und das im Integer-Scaling machen. Und das sieht so insane krass aus einfach. Zumindest so Pixel-Spiele, die sehen halt richtig gut aus. So Final Fantasy 1 und Final Fantasy 2 als Remake. So hübsch. Holy shit. Fuck you too. Ha 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 ha. Oh. You know, I-I hope you know what you're doing. Are you kidding me with this guy? So where are we going, Bill? My other safe house. More of an armory. Wait, I thought we were gonna fix up a car. We? You know how to fix- Bill. No. Das Remake lohnt sich in zwei Fällen. Fall 1 ist, du hast Last of Us noch nie gespielt und willst es mal spielen. Dann ist das hier easy die beste Version, die du spielen solltest. Scary. Eww. Eww. Ähm. Fall 2 ist, wenn du übelster Last of Us Fan bist, es sowieso nochmal durchspielen wolltest und zu viel Geld hast. Ansonsten würde ich sagen, wart auf den Sale. Was? Was? Waaaaat? 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 Oaaaaat? Oh sick. Ohh, was ist denn das für ein Quatsch hier schon wieder? Stirbst du oder lebst du noch? Okay, ich glaube, wir haben es. Quack. Bill. Ich hätte mich einfach auf ein Auto stellen können, hätte einfach so easy life haben können, aber nein. Makrele, danke für den Sub. Bester Mensch. Ich glaube, die Leute verstehen. Was ist das? Nichts. Du sicher, dass die Garten aufhörst? Ich habe es locket, sie haben keine Schlüssel. Also, welcher Weg? Wir sind hier. In der Karte. All right, down here. Well, here we are. You don't touch anything. Can you close the door? Let's gear up. Uh-uh. What? I need a gun. No, you don't. Joel? Uh-uh. I can handle myself. No. Just stay here. It's fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. Yeah, it's up there. How in the hell is Tess okay with his suicide mission? It's actually her idea. Really? Well, in the broad, it's not as smart as I thought she was. But fuck her. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing. Let her find her own way. Look, let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. A partner. Somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. So you know what I did? I wisen the fuck up. And I realized it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's... Bullshit. It is just like that. Hey! What'd I say to you when we walked down the steps? What'd I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. God damn it. You keep babysitting long enough and eventually it's gonna blow up in your face. Can we please just get on with it? Here. Let's get on with it. All right, before we go any further, I got something I gotta show you. What you got? New toy from the toy box. Cuss. Cuss. So we got shotguns and bombs. What the hell are we doing with them? Well, every few weeks, this military caravan rides through town. I assume they're out looking for supplies. I mean, you'd be amazed at the shit that they overlook. Anyway. A few months back, they were rolling through and they get overrun by this horde of infected. They were all over the truck. It plows right in the side of the high school. Still sitting there with the battery in it. So we take that battery and we put it in another car. Bingo. I wanted to get it, but it seemed too dangerous with all the infected on that part of town. Fuck it. Joel needs a car. Hey, what if it's damaged? Yeah. Those trucks are like tanks. It's just sitting there. Actually, my work. Erstmal alles mitnehmen. Keine Rücksicht auf Verluste. Und jetzt upgraden wir ein paar Waffen. Uh. Ich glaube, das hier ist praktischer. Tada. Ich glaube, das hier ist ein paar Waffen. Das ist alles voll teuer. Wie wäre es hiermit? Kann wir hiermit mal Schaden machen oder so? Bleh. Wenn ich irgendein Problem habe, dann auf jeden Fall Nachladetempo. Daher hau raus, Junge. Okay. 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 Waren diese Bauanimationen im Original eigentlich auch schon? Ich habe das Gefühl, das haben sie jetzt aus dem zweiten Teil mitgenommen. Jetzt sah es schon so aus, als ob er weiß, was er tut. So, wir machen hier erstmal ein Upgrade. Weil das klingt eigentlich ziemlich gut. Das hier ist voll. Das ist immer praktisch. So. Sehr gut. Sehr gut. Kid, I swear to God, if you took anything... Hey man, I don't need any of your shit. Trust me. Joel, you are keeping an eye on her, right? Like a hawk. Haben wir nicht... Wir haben noch einen Foto-Modus hier. Schade, dass man da nicht mehr reinzoomen kann. Healthy man, hard man. Was auch immer da steht. Warte mal. Dream vacations, okay. College Hotties. Sweet treat. Nice. Erdgeschmack auf jeden Fall. Ja. 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 Erst mega schreien und dann abhauen. Das sind die richtigen. Das hier sieht hübsch aus. Nice place you got here. Well, if you got anything to confess, this would be the place to do it. All right, time to sack up. That's not the confessional booth, that's my room. All right, I'm not touching anything. Just... Ich hab ein bisschen gehofft, dass man hier mehr witzige Sachen findet, aber scheinbar nicht so. Yeah. All right. Buy, come on. Look, there's a school. All right. Ready? Yes, we'll find out. Not. Not. I mean, the school. Oh, Mann. Ja, komm, du musst dich nicht nachdenken. Ich sehe das schlimmer. All right, dann. Oh, nice. Oh, shit. What? 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 That's it. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Die Gegnung mal starten. Das war nämlich voll scheiße. Was hab ich denn da gerade? Ein Brick. Der ist doof. Ey, stell dir einfach vor, die PC-Version wechselt einfach die Klicker alle gegen Toads aus. Und die ganzen Sounds gegen Toads-Sounds. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das ist dein Scheiß-Deal, Mann. Ich hoffe, das passiert. Dann würde ich auch die PC-Version nochmal spielen. Mit dem Toad-Mod, Mann. Warte. War hier nicht. War hier nicht. Hier war doch irgendwo. Hier. So. Das kriegen wir hin. Ich möchte mich nicht die tremenden� RD-Schafer machen. Oh, shit. Oh, ich geh her. Oh, man! Oh, man! Usually. Besser. Jetzt habe ich nämlich noch mindestens einen über. Plus, wir können den ganzen Shit von den Dudes hier looten. Und das ist auch ziemlich gut. Nice. Hä? Hier ist doch gar keiner. Achso, der meinte den da. Das ist nicht links. Das ist geradeaus, Mann. Äh, ich habe leider nichts zu werfen. Das ist doof. Hm. Ach, komm schon, Junge. Oh, ernsthaft? Ass, Alter. Ah! Ah! Unnötig! Palja, danke für den Sub! Weißt du, vielleicht soll ich doch einfach straight durchlaufen und die dann einfach alle mit Molotow-Cocktails abwerfen. And I ran. I ran so far away. Okay. Oder auch nicht so. Versuch was wert. Warte, ich weiß, wie ich's machen muss. Ich hab's raus. Jetzt klappt es. Der Masterplan. Oh, fuck. Der Plan war gut. Die Ausführung war noch nicht ganz richtig. Pass auf, das wird was. Ich habe die Ziele. Ihr ist hier drin. Ich bin das Versteiger. Ich bin das Versteiger. Ich bin das Versteiger. Nice. Ich wusste nicht, dass ich so ein Ding habe, aber voll praktisch. Yo, als ob das nicht gut lief, Mann. Und wir haben immer noch einen Molotow-Cocktail über. Voll gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Entwickler wollten, dass man das so macht. Das würde mich sehr wundern, wenn man das irgendwie anders hätte lösen müssen. Bäh. Bäh. Oh, sick, das hat funktioniert. So, wie vorhin den Entwicklern gedacht. So, dann holen wir uns sie da vorne auch noch. Miep! Miep! Komm hier! Guck mal, sie macht hier die ganze Zeit stressen, will die ganze Zeit Aufmerksamkeit. Und wenn ich ihr Aufmerksamkeit geben möchte, läuft sie einfach weg. Das ist nicht okay. Aber sie ist so weich, oje. Ne? Mua! Das hier sind keine Zombies. Das war Punkt 1. Naja, das Ding ist, die sind halt essentiell infiziert. Einfach nur. Naja, das Ding ist, die sind halt essentiell infiziert. Einfach nur. Die sind ja nicht tot. Wären sie tot, würden sie halt nicht mehr leben. So, der Pilz, der sie infiziert hat, der braucht sie ja essentiell leben, weil es ansonsten nicht funktionieren würde. Daher streng genommen, äh, sind sie nicht tot. Und es sind keine Zombies. Eww. Ach, shit. Damit hat keiner gerechnet. retienste Minute. Und es geht auch weiter. Eww. People die when they are killed. 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 Ich kann nichts versprechen, aber praktisch wär's wahrscheinlich. Oh, wirklich? Bill, mach das! Ich glaub, wir haben's. Ich glaub, wir haben's. Sieh gut aus. Was? Oh, come on! Kam die gerade einfach aus dem Boden? Was? 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 Klingt nach einem Deal. Klingt nach einer. Danke, Bill. Oh, schon wieder? Oh, schon wieder. 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 Ja, vielleicht ist hier ja was. Oh, schon wieder. Oh, 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 oh. Ah, oh Gott, lebt er noch? Okay, cool. Ups. Looks like there's a path down this hallway. Waste. Pfff. Really close. Ich kann gar nicht glauben, wie nah das war, dass wir fast gestorben wären. Eww. Shit. Oh Gott, das hab ich gar nicht gesehen. Uuaah. Ah! Ew! Oh Gott! Verdammt! Oh Ass, Alter, das machen wir nochmal. Fuck this. So. Oh. 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 Vielen Dank.